Ja, jetzt habe ich schöne, cozy Outfits für die Feiertage, wenn es kalt ist und ihr ein bisschen kuscheln wollt. Also schon mal mein Outfit ist total witzig. Ein toller Kaschmir-Poncho und drunter so eine Paillettenhose. Sieht richtig cool aus, aber es gibt natürlich auch noch einen tollen Long-Polunder mit Rollkragen. Darunter habe ich jetzt mal so Long-Sleeve gemacht und dazu gibt eine schöne Kaschmir-Hose. Ganz gemütlich, richtig cozy. Ein Polo-Strickkleid in Kaschmir, wunderschön weich und kuschelig. Darüber habe ich euch eine witzige Weste aus London gesetzt und natürlich der Kaschmir-Schal dazu darf nicht fehlen. Ja, wer ein bisschen farbig sein will, kriegt einen tollen Baumwoll-Hoodie und drüber eine Weste in diesen drei Tönen, in diesen Bären-Tönen und dazu eine tolle Velvet-Baumwolle-Hose in Pink. Ja, auch eine Karo-Hose ist totaler Trend teuer, in diesen witzigen Bären-Tönen mit Orange und darauf setze ich euch einen schönen warmen Kuschel-Pulli mit einem Poncho wieder in Farbe. Ja, wer es ein bisschen ruhiger will, kriegt so einen wunderschönen Schrost-Pullover, wieder mit einer Teddy-Tasche und so einer schönen Kupferkette, auch als Handykette zu verwenden. Natürlich auch wieder einen passenden Kaschmir-Schal dazu und dann passend eine Hose und natürlich Mütze drauf.